Hey, das hier sind die unglaublichen Geschichten einer unvergesslichen Jugendreise. Wir sind Young Hearts und die Geschichte beginnt bei Liv und Tom. Liv und Tom sind unsere Betreuer. Liv ist eigentlich echt nett, aber manchmal ein bisschen streng. Ich glaube, sie mag ihren Job. Tom ist da ganz anders. Er musste Betreuer werden, weil ihm Sozialstunden vom Staat aufgedrückt wurden. Der hat irgendein kriminelles Ding durchgezogen, ist aber schon echt korrekt. Tja, und wer wir sind? Also einmal gibt's Emma und Leon. Die beiden sind Zucker, ohne Witz. Emma ist wirklich selbstbewusst. Die hat Safety-Hosen an in der Beziehung. Und Leon ist so ein klassischer Bad Boy. Auf den haben, glaube ich, viele nen Crush. Ach ja, die beiden sind nicht allein. Leons Cousin Cedric ist noch am Start. Eigentlich wollten Emma und Leon ein bisschen Couple-Time. Aber ja, shit happens. Dann gibt's noch Benedikt. So klassischer Nerd-Typ. Der ist einfach allein angereist. Glaube, der will beweisen, dass er es eigentlich drauf hat. Wir sind natürlich noch viel mehr. Das verrate ich dann im zweiten Teil.